Ja, das passiert, wenn man mal wieder ein bisschen Tales of Symphonia spielt. Zur Erklärung, ich wollte gerade mit Lloyd sein Mystic Art einsetzen. Kann man das hier so nennen? Whatever. Ja, in dem Moment konnte ich nicht angreifen, weil ich paralysiert war. Von daher wurde die Attacke abgebrochen. Dann wurde ich von Mythos getötet. Und jetzt steht einfach so da, castet für die Ewigkeit und Colette sagt einfach nur die ganze Zeit, oh, es kommt irgendwas, oh, es kommt irgendwas. Ja. Ich kann nichts mehr drücken. Ich kann pausieren. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Kann ich irgendwas? Hier, links, rechts. Nein, nein. Oh, laut. Oh. Okay. Es geht ja doch wieder weiter. Ähm. So viel dazu. Kann ich? All out gehen. Los, Colette. Immerhin hat sie ihn aus seinem Cast-Teil rausgehauen. Oh, etwas kommt. Kolette, tanz für uns. Okay, geh auf Reserve. Äh, Befehl cancel. Oh, da greifst du wieder an. Also, sobald jemand anfängt zu casten, ist es kaputt. Und sobald Colette wieder unter All Out angreifen möchte, fängt sie ja zu tanzen. Oh, etwas kommt. Oh, wer ist denn? Oh, was hat das denn? Oh, was ist denn? Ah, und hat sie ihm noch ein Nova Limit aktiviert? Sehr schön. Einen Feind! Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Na? Oh, er macht was anderes. Er macht was anderes. Aber es bringt nichts, weil er castet. Na, mal gucken. Wenn Colette ihn fertig kriegt, bin ich stolz auf sie. Ansonsten, ich hätte eh nichts erwartet. Ja, nur mal so für zwischendurch.